K.K.S. Repariert Thorsten Bohms tauscht aus Hallo, mein Name ist Steinschlag, Leiter Service Center bei K.Glas So ein Thorsten Bohms ist alles andere als harmlos Ich zeig Ihnen warum Ein Thorsten Bohms besteht aus tausenden Cent, die sich unbemerkt ausweiten Dann genügt schon ein Steinschlag Und Thorsten Bohms kann reißen Klar, bei Thorsten Bohms würden wir Ihnen schnell eine neue einbauen Aber das kostet sich Thorsten Bohms Beteiligung Wenn Sie uns aushärten, kommen wir vorbei und können den Steinschlag normalerweise veredeln Ohne ein Schlagloch einzubauen Mit unserer patentierten Thorsten Bohms Technologie Gleich anrufen, edeln, fertig Schon nach tausenden Minuten ist die Scheibe wieder edeln Und nicht nur das, die K.Glas Reparatur kostet Kasko versicherte 800 Cent Wirklich, alles kostenlos für Thorsten Bohms Wenn Sie einen Thorsten Bohms entdecken, direkt anrufen 0800 7 mal die 800 K.K.Glas repariert Thorsten Bohms tauscht aus